Guten Tag, mein Name ist Dr. Werner Voss. Wir prüfen und testen Kosmetika und kosmetische Apparaturen auf ihre Sicherheit und auf ihre Wirksamkeit. Im Rahmen unserer Tätigkeit haben wir das ZeitGuard Anti-Age Device der Firma LR geprüft und getestet. Also dieses Gerät hat zwei Prinzipien. Zum einen einen Massageeffekt über den Funktionskopf und zum anderen kann man die Haut erwärmen und wieder abkühlen. Der Vibrationskopf saucht dafür, dass die Haut quasi massiert wird. Und die Massage der Haut führt zu einer verbesserten Durchblutung. Damit werden mehr Nährstoffe in die Haut hineingebracht, die Schlacken werden entfernt und der Feuchtigkeitsgehalt der Haut nimmt wesentlich zu. Das führt zum zweiten Schritt. Wir erwärmen die Haut auf 42 Grad und verstärken diese Impulse noch ganz massiv. Insbesondere den Feuchtigkeitsgehalt der Haut, den wir dann so erhöht haben, dass Inhaltsbestandteile der Kosmetik besser aufgenommen werden können und tiefer in die Haut eindringen können. Der anschließende Schritt, die Hauttemperatur zu vermindern, führt dazu, dass man einen Effekt in das Bindegewebe bekommt. Man weiß, dass durch solche Temperaturunterschiede es positive Effekte auf das Hautbindegewebe gibt, die letztendlich dazu führen, dass neues Bindegewebe, Kollagen etc. gebildet wird. Das heißt, bei einer längeren Anwendungszeit mit diesem Gerät schafft man es, dass das Bindegewebe neue Fasern bildet. Und man kann damit die Haut glätten, weil natürlich das Bindegewebe für die Faltenbildung der Haut ganz entscheidend ist. Und wenn ich das etwas verbessere und etwas strammer hinbekomme, dann werden kleine und auch teilweise Mimikfalten der Haut wesentlich verbessert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017